Es ist ihm dann halt auch gar nicht so, wie Geburtstag vertreibt. Ja, er wurde schon vertreten. Und letztes, vorletztes Jahr war er so entfäuscht, dass keine Frau ist. Und er hat sich jetzt so umfühlt mit dem Geburtstag. Das sieht sie dann nicht. Es ist so, dass sie in Urlaub sind und dann machen sie ganz schön. Ich fühle mich so, als ich dekoriere. Es ist einfach ein besonderes Abend. Und dann habe ich sie zu den Kavalier. Und dann habe ich kurz, also die Jungen, ich habe kurz vorhanden, dann habe ich eine ganz schöne Bedeckung geschickt. Mit Kämpflingplatz, mit ein paar Geschenken. Und dann hätte sie keinen Platz. Also nur Platz. Das Geschenk hätte er dann daheim gelegt. Aber der hätte es uns dann so freut, dass er vor allem denkt. Ja, ja. Oder ist das da halt nochmal schön zu haben, dann groß hochgeschrieben. Oder hätte sie den Kavalier? Ja, ja. 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 Das spice nicht國家, aber, por hängt sehr gut fahren wir. Ja, das machen wir alles nicht, aber das machen wir jetzt noch immer so. Ja, ja, das ist fucking αναl Sabbath. Ja, das heißt, du musst davon zu tun, du levendig. Ja, das mache ich schon auf. Ja, das machst du einfach seine 상태. und es ging ja auch deswegen, Threek た иногда richtig heraus Welcome. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020